Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Let's play, also Minus Cap. Wir sind hier immer noch, ich bin gerade mitten auf der Arbeit. Und, ja. Wir sind im letzten paar Dinge hier in Heilbrustadt. Wir wollten Herzteile sammeln, wir haben jetzt schon gerade drei. Wir haben im letzten paar Fläche gesammelt und jetzt werden wir in diesem Part, ja. Geht man lasse? Heike! Leute, Entschuldigung, das ist echt gerade ein bisschen bescheuert, aber ich habe gerade keine bessere Gelegenheit. Draußen ist es mir zu warm. Also entschuldige ich mich jetzt schon mal für die Hintergrundgeräusche. Und was das Ganze schon bedeutet, habe ich keine Ahnung. Wir sind jetzt auf dem Weg jedenfalls zum Tweethof. Wir wollen jetzt nämlich dort im nächsten erstmal weiterkommen. Darum müssen wir uns jetzt erstmal hier drei teilen. Eins, zwei, drei. Das war ein Fake. Ja, wie gesagt, im letzten Part sind wir ja schon mal hier gewesen, im letzten Part. Wir brauchen natürlich unsere Lampe. Wie gesagt, für mich ist das immer auch blind, ich habe echt null Ahnung von der Splitte. Oh, ich hasse diese Geister. Ich weiß, ich wollte eigentlich dann auch ein paar Techniken sammeln, hatte ich jetzt aber auch keinen Rissen mehr. Ich mache das auch um. Links, genau. Ich hasse diese Geister. Wie vorher. Okay, wieder links. Da wird Bescheid. Wir haben am Anfang, also wieder oben. Da fehlt doch eigentlich nichts passiert jetzt in dem Dungeon. Da waren wir doch nur zu diesem bescheiden Ort hin. Jetzt haben wir alle Herzen, wir haben zwei Feen dabei. Das heißt, wir müssen ein bisschen besser ausrüstet das letztes Mal. Und das ganze Arom, das ist ein bisschen weitergeraten. Komm schon, weg mit dir. Hier durch. Ich habe euch keinen Bock auf diese Kämpfe hier gerade. Ihr wisst ja, wie bescheid ich mich das letzte Mal angestellt hatte. Dann zeige ich jetzt, dass wir diese Frau schaffen. Ja, cool. Essen mit dem Abend dauert ein paar noch gut treffen würden. Und sogar noch ein Herz bekommen. Super. Ja, mit 10,5 Herzen dürfen wir das dann schaffen jetzt. Ich kann die Muni nehmen. Ich kann die Gruppe hier. Kind dazu versucht meine Erben selber zu retten, sei willkommen, mein Name ist Christoph, der König von Hyrule aus Wanda vergangen wird, dieses Fragment geht zur großen Kölne von Hyrule, dann wird sich ein Weg auf, da im Himmel kippt, ok Leute wir haben ein Gott Fragment, Black Bones, im Köln von Hyrule, da waren wir bis auch schon in einem der letzten Folgen durch Zufall Ehren und ja, wir müssen dann nach Marino, nach Hyrule Stadt und ja wir wollen zu diesem Kind mal reißen, oh ich hab mitten auf der Arbeit ein paar Toffnehmert übrigens keine Ahnung, ich hab einfach langweilig geworden und jetzt müssen wir genau hier hin, diese Gordnen vielleicht mit, sind ja alles storyabhängige, deswegen kriegt man die auch nur einmal, das sind einfach so eine Torzequelle, yay, die Sternenanschläge, achso die sogenannte Wasserfall ist sicher, die Wasserfall ist bestimmt, die Wasserfall ist nachhaltig. Entschuldigung à immune가 baron, ja, wir müssen uns kurz 열�igierend drehen, dass die Wasserfall ist, dass die MIT unter einem da war jetzt recht einfach so hochklettern lassen sich weiter jetzt haben wir jetzt hier auf dem worten kann man hier ganz einfach ja Leute, weil man denkt, man hat alles gehabt, alles gesehen, an schwierigen Gegnern, aber es wird noch schwieriger, dann wird man ertäuscht und wo geht es denn hier runter, ok, es geht einmal runter, einmal hoch ja, das war klar das wäre auch so einfach gewesen, an die Rudine ranzukommen wieder ok, das ist dann in der letzten Fall wahrscheinlich ein roter Rubin nichts, ok, er kriegt mit dem Rudine, da reicht mit, aber gut dann erst mal wieder die Rubine oh, jetzt ne Leiter, ok großen blauen Rubin, ja, wir sind drunter, der Rubin reicht jetzt weiter, das heißt, wir gehen erstmal nicht lang also, jetzt ne abgezogen hätte ich noch vorher wissen müssen ich bin gespannt, ok, Sela Quelle ok, was ist hier, was ist das ein großer Rubin ich bin einfach nur wagt, dass ich bei solchen Spielen ich bin einfach nur wagt, dass ich bei solchen Spielen ich bin einfach nur wagt, wenn ich auf diese Seite ich bin normal jaja, klar, warum nicht haben wir denn was, ihr braucht, was du brauchst ja, haben wir zu russlianbein gelaufen klar gegen gott ist ein monster Stratus ist ein bisschen bescheuert, aber ich bin jetzt einfach mal verrückt, ich würde sagen so kommen wir weiter ja möchten wir genau das was du brauchst, wie das passt nicht, ok, scheint also mehr als nur ein von diesen goldenen haben zu gehen, kein Kommentar. Ok, das muss man noch mal sehen. Ich glaube hier kommen wir weiter. Das muss jetzt auch passen, was passiert, das ist etwas unlachbares, hat gesprochen, wir wissen jetzt auch nicht, wo dich jeden einzelnen wird gerade seit einem jetzt schon nicht aktiviert, oder? Also so 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 so